Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie. Und was ich euch zeigen möchte ist, dass obwohl bei DAISY gerade keine Einschreibungen stattfinden, unsere Gelder natürlich schon im Trading sind. Und dazu habe ich mich gerade eingeloggt, bin hier auf Fund gegangen. So, wenn ich jetzt nach unten scrolle, seht ihr, ich habe beigetragen 750 Dollar für den Handelsfonds. Die anderen 750 Dollar sind ja als Crowdfunding weggegangen. Inzwischen habe ich 762 Dollar bekommen. Das heißt, ich habe 12 Dollar im Plus. Und wenn ihr hier runter scrollt, seht ihr auch den Button Auszahlung anfordern. Das könnte ich jetzt machen. Mache ich bei 12 Dollar natürlich nicht. Aber nur, dass ihr seht, der Handel startet. Und so wie ich neulich gesagt habe in einem anderen Video, da waren wir ja im Minus. Es ist ganz logisch, wenn Bitcoins oder andere Coins gekauft werden, das ist ganz normal, da geht man ins Minus. Und wenn der Deal mit Plus abgeschlossen wird, dann kommt man wieder ins Plus. Wenn der Deal negativ verläuft, ist man natürlich im Minus. Aber nur, dass ihr seht, also da tut sich was, es geht voran, es rennt keiner weg. Und jetzt, obwohl keine Einschreibungen stattfinden, verdienen wir Geld. Und das ist das, was mir wichtig ist, liebe Leute, dass ihr versteht, selbst wenn ihr keine Partner werbt, mit dem Geld, was für euch im Handel dabei ist, werdet ihr Geld verdienen können, wenn die KI sauber arbeitet, was sie ja jetzt schon seit über drei Jahren tut. Und, ja, also wenn es Fragen dazu gibt, meldet euch bei mir, wenn ihr ins Team kommen wollt, dann kommt zu uns in die Telegram-Gruppe, beziehungsweise es gibt inzwischen auch eine Facebook-Gruppe, den Link werdet ihr unter dem Video finden. Und, ja, lasst uns einfach kommunizieren auf die ein oder andere Art. Also, bis dann. Tschüss! Und, ja, lasst uns einfach kommunizieren.